ja servus wieder willkommen wieder zurück natürlich bei mir und den kopfgeld missionen beim letzten mal habe ich ja gesagt aus versehen in dem fall dass ich das komplett machen werde werde ich vermutlich auch nicht schaffen weil sonst auch sich überzieht natürlich gewaltig und wie man sie auch festgestellt hatte das hier gegen soweit dass mir jetzt hier die teile habe ich ja alle gesehen gehabt ach guck mal da ist ja noch was ja mit meinem vater an der tier hat nicht glückplatz nachbeute truhe ist voll voll wie das jetzt hier noch mal Ne Hä Sei bloß, die kann man nicht mehr vergrößern oder was Sieht ja nicht nur nach aus, ne Vergleichen zurück, 210 Ne, geht wohl nicht, egal So, fangen wir uns hier an Mit dem hier Schauen wir da mal Und unsere Gegner Äh, was will ich jetzt hier Gut, das habe ich gerade völlig den Faden verloren Auf jeden Fall Was ich da noch sagen wollte, ich habe nochmal nachgeguckt Ja, ihr habt mir das natürlich geschrieben gehabt Dass das hier So ist, dass ich hier Einfach nur mit meinen anderen Chants Darauf zugreifen kann Wenn ich das hier In die Truhe schmeiße Und daher, ganz klar Mit dem Barbar mache ich das Ding jetzt hier voll Äh So Dass hier dann die 500 Abschließen kann Mei, oh mei, oh mei, oh mei Gibt's das auch? Das ist echt da oben, oder was? Oh, shit Ja, so scharf es natürlich, ist das recht nicht Paragon Portrait Ein neues Aha Das ist der Kreis diesmal geschlossen So eine Scheiße hier Hätte ja wenigstens mir den Ding anzeigen können hier Den Pfeil Ja, jetzt, ne Oh, so typisch So, kommt das hier wieder So, kommt das hier wieder Ja, komm raus Danke So Einmal zurück Der Dreh Irgendwie sieht so in der Templar War erst so, dass ich auf der Stelle gesehen habe Ich mache wieder nichts Ich habe ja auch das auch gemacht, dass ich die 100 Stück da nicht vollkriege Wo sind die anderen Hä Da unten Gut Dann halt ich runter Die Vorfahren sind hier Euch So Man, 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 man Ja, bei der merke ich natürlich ganz klar Nur hier Mit Sauber Nur in der Fall in den Portale Weil es natürlich hier Bei weitem geht In der Stelle geht Oh, Moment Den nehmen wir jetzt auch noch schon mit Gott Irral Nichts Scheiß So Einmal den Und 30 Gegner Gut Das war's So, was haben wir noch Äh, nein Das wieder nicht Ist hier vielleicht irgendwas Nö Alles klar Reset Neu Na los Aber 4 Stück in 5 Minuten Das geht Nein Alles klar Höhle des Mooclans Nein Den nehmen wir Ach Ach So, wo ist denn der tolle Hauptmann? Dein. Gut. Sehr schön. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Inquisition der Templar. Again. So, wo sind die nächsten? Hm, da wohl nicht. Hier hin vielleicht wieder? Ja. Zumindest nur einer. Hey. Einer fehlt da unten. Die sind jetzt auch nicht verschreut hier. Sehr schön. Ah. Hä? Gibt's das auch? Mein Gott. Halt, den nehmen wir als Zahnritt. So. Habt ihr davon. Ja, das ist es noch gewesen. Die verfluchte Mühle. Leute verfluchten Schrein. Hm, hm. Äh, was ist denn da nochmal? Hä, klar. Da oben, sehr schön. Ah ja, da war ja, das ist gut. Da rennen wir hier so einmal im Kreis. So, halt, den nehmen wir mal mit. So, der ist aufwärtig. Was gibt's noch? Klatschfinger. Okay, der ist ja gleich am Sack. Hm, ja. Ja, 2 noch. Genau, passt. Sehr schön. Das war jetzt fix. Na ja, eh relativ gut hier unterwegs in Act 1. Ja, genau. Hüllte jetzt Mund klar an's. Nein. Nochmal. Ne. Was haben wir jetzt hier? Können wir wieder nachtisch? Nein. 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 Ach ja, wieder das. Das hier im Gefängnis. So. Schau mal. So. Zack. Eine Falle. Das ist eigentlich fast mit Abstand das längste, was eigentlich so geht. Außer ich verlaufen wieder tausend Mal. Aber wenn man das mal nicht macht, ist das hier das längste. Ich muss ausharren, bis die Magie sich erschreift. Ja. Das hast du richtig erkannt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das werde ich nicht tun. Ja, aber diese Arbeitsverleigerung hier immer. Das werde ich nicht tun. So. Und tschüss. Nice. 51er Paragon. Ey. Ja. Was haben wir noch? Auswasserhöhle. Nein, 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 nein. Toll. Das ist alles nichts. Super. Das war jetzt Klasse in Nummer 1. Äh, nein. Verfluchte Brutstätte. Ach nein, schon wieder. Ach, was soll's. Vor wie wir sagen, mal. In der Hoffnung, dass es diesmal jetzt nicht der Marsch der Heide ist. Drücke die Hölle. Und? So, dass irgendwo näher dran. Wäre natürlich jetzt was super. Super. Gut, das ist der Saka-Z. Na, shit, da auch. Ei, ei, ei. Alter, das ist echt ein Graus hier. Das ist auch. Hm. Da muss ich aber auch links sein. Einmal viel mehr möglich, dann geht es ja nicht mehr. Dann, ja, das ist oben links, hey, ja, Gott. Hm. Ja, da. Gut, dass ich erstmal hier einmal ringsum... Na ja, hilft da, alles X. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Ich muss zurückgehen. Hopp, nein, nix. 194 Gegner. So, wird dir gefallen? Nein. Ewiger Krieg, das können wir sauter machen. Sehr schön, direkt da oben. So muss es sein. Genau so ist es richtig. Aha. Mhm. So, kann man kurz weiter nachgucken. 457. Also noch 43 to go. Ja, nee, das hätte ich definitiv diesmal nicht schaffen. Ja, genau. Kann es losgehen? Unmöglich. Dumm, dumm, dumm. Ein seltsames Gefühl überkommt mich. Sehr schön. Wir sind nicht die Ersten, die dieses Gefecht austragen. Ja, macht ja nichts. So, tötet Knurrer. Ach nee, scheiße. Deinem Seelen sind 150, genau. Ne, dumm hast du sie auch schon. Weil, nochmal. Ja, das ist ja das Problem. 150 Gegner da in der Riesenfläche. Das müsst ihr auch mal finden. Das hat sich erledigt. Das hier machen wir. Nicht genug Wut. De, 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 de. Hm. So, das. Dann das. So, dahinten geht es weiter. Das kann ich nicht. Mein Gott. So. Putsch. Alles klar. Lass mich ja in Ruhe. Perfekt. Danke. Gut. Das haben wir schon mal. Hülle der Kasra. Hülle der Kasra. Ne, ne, ne. Warte, da ist sie fast irgendwo hier. Ah. Nein, das wollte ich. Makellose Königliche Smaragd. Mhm. Hey. Noch weit unten oder wat? Hä. Ja, wo ist sie denn? Dass sie ja derzeit immer so weit weg sein muss. Diese scheiß Höhle. Ach, da unten. Lol. Uula. Dip, 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 dip. Beim. Beim. So, hier nix. Da nix. Da nix. Hm. Auf keinen Fall. Ach, da war er wieder hier, ne. Das werde ich nicht tun. So. Gut. Diese scheiß Höhle. Wahnsinn. Äh. Die Ruhestand des Kriegers. Die Ruhestand des Kriegers. Die Ruhestand des Kriegers. All klar. Wird dir schon Angst? Der sehe mir ja immer natürlich ideal hier. So. Fertig. Ja, der geht auch. Na, hier ist da nichts. Unmöglich. Oh, Moment. Den mal nochmal mit. Ah, ist ja schön da oben. Nee. Hä? Woher komme ich denn da hin? Oh, nö. Fuck. Da ist er doch tatsächlich dann da so, irgendwie hier. Rechts, ne? Ja. Gut, dann halt hier. Hei, 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 hei. Ah, den haben wir jetzt auch. So. Ja. Jetzt ist ja noch das. Da haben wir ja schon geguckt, ne? Ja. Alles klar. Einmal nochmal Reset. Na los. Äh, nein, 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 nein. So. Will das Mund klar ans Nachtisch? Nein. Tod für ein Modell. Aber. Ratzfatz fettig. Der ist so immer noch schön, ja. Na. So. Ist ja echt zu gut weg hier. Ich muss zurückkehren. Also das ging jetzt aber mal. Oh, so gehen wir nicht lang bei dem hier. Der ging ja so schneller. Gut, stattdessen kriegen wir es mal wieder. Ö. Na, fail. Ach, da oben. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kehre in die Stadt zurück. Ha, ha, ha. Das kann ruhig jedes Mal kommen. Der Aashof. Ist was? Ach ja, gerade der Bauer da, wo wir es jetzt mal aus Versehen gestartet haben. So, rausgesehen natürlich. Ich finde das jetzt. Hm. Jetzt könnte sich das hier aber schwieriger weisen. Jetzt könnte sich das hier aber schwieriger weisen. Ich bin erledigt. Die Dämonenbrot hat sich in den Feldern eingegangen. So. Hier war ja nichts dabei. Mein Land ist... Mhm. Sehr schön. Vier Charges erledigt. Zumindest wenn man es gefunden hat. So, was haben wir noch? Ah ja, genau. Da war ja nichts. Da war auch nichts. Dann einmal Reset. Und nochmal von vorne. Ne. Da war auch nichts dabei. Äh. Ja, probieren wir es halt. Nicht genug Wut. Na, guck mal. Da hat es sogar schon angezeigt. Das ist ja der Wahnsinn. Gut. Jetzt sind wir noch die Gegner. Äh. 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 Sehr schön. Das ging jetzt mal. Seltsamweise flott hier drin. Boah. Kurzer Paragon Level 52. Inquisition der Templar. Genau. Sehr schön. Das ist fast eine meiner Lieblingskopfkarte hier. Äh. Äh. Fjagte. Fjagte. Äh. Kopfkarte Mission. So. Nervlich. So. Toh, pass her noch anginom. Bleah. Atau noch anginom. So. Hmm. Hmm. Ah, hier ist er da wohl nicht. Da auch nicht. Da unten. Alles klar. Perfekt. Auffällig. So, was können wir denn noch machen? Asra aus der Höhle, nein. Der hier geht. Hauptmann Cage. Oh, der Weg stimmt sogar. Gut, aber dennoch fehlen noch ein paar Gegner jetzt. Nö, natürlich. Gehst einmal davon aus, dass hier was drin ist. Halt, moit. Das reicht. So, perfekt. Einmal abgepunkert. Äh, das war's ja schon wieder. Einmal einen Run machen wir noch. Mal gucken, wie viele Möglichkeiten es jetzt hier gibt. Oh, guck mal hier. So, das Tor zur Hölle. Schon länger nicht mehr gehabt. Ach genau, das habe ich jetzt beim letzten Mal, also bei diesem Part hier, habt ihr bestimmt gemerkt, einfach mal das Übliche hier weggelassen. Weil, ja. Da hatte ich hier keinen Bock, nach ungefähr 20 Sekunden da noch länger zu warten, bis das Ding endlich aufploppt. Weil ja hier in Akt 1 geht das mittlerweile sogar schneller. Äh, ja. Ich glaube, da hat er einfach wartet. Bis das hier jedes Mal kommt, mittels rein und raus, ist Akt 1 besser. Genau. Das hier haben wir auf jeden Fall schon mal. So, Akt 1 nehmen wir jetzt das hier. Ja, nächstes ist da hinten irgendwo. Ja, beide da hinten. So. Und mal noch hier, schätze ich. Ja. Was? Das war's. Äh. Datengräber. Und wieder 40 Gegner. Halt. So. Bum, 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 bum. Ihr habt gegen mich keine Scheiße. Ich muss zurückgehen. Das Schatz-Koblin. Den hab ich gar nicht gehört. Den hab ich gar nicht gehört. Keine Ahnung. Sound-Defekt. Äh, ja. So, wo ist sie diesmal? Nö. Nö. Tja. Ah, nicht. Dump-dump-dump. He. Hehe. He. Ach, guck mal. Ja, ist fast klar hier, dass sie überall noch nicht sein muss. Ja, das gehört schon mal wieder. Gut, dass wir das jetzt wieder gefunden haben. Da unten wieder. Aber beim nächsten Mal, wenn das hier wieder kommt, laufe ich mal aus Prinzip aus nach unten. Und dann ist es oben. Bei meinem Glück. So. Nein, dann da oben. Na, sehr schön. Oh, endlich wieder abgeschlossen. Gut. Was können wir noch? Nein, das hier geht noch. Leute, die verflucht jetzt Ruhe. Hä? Mei, mei, mei. Der ist ja direkt vor mir geworden. Ja, sehr schön. Da ist sie wieder. Gut. Die machen wir noch. Und dann mal gucken, wie viele noch übrig sind. Und dann mal gucken, wie viele noch übrig sind. Oh, die ganze hier schlunze ich auch. Gut. Gut. Oh, nix. Gut, 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 gut. Das durfte es aber gewesen sein. So. Ja. So. Was sagen die Herausforderungen? 473. Ja, perfekt. Also noch 27 Stück. Ja, das sieht schon eher gut aus, als wir das in der nächsten Folge hinkriegen. Und dann sage ich schon mal hier für das jetzt hier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich beim Endsport. Und wünsche euch was. Servus. Ciao. Ciao.